Die Border startet in 60 Sekunden, Alter, dass ich so lange durchhalte. Uff. Heute gibt es Skywars in der 1.16 nur mit dem Elytra-Kit. Ich sag's euch, die Folge hat's in sich. Leute, es wird der Wahnsinn! Wir haben alles Elytra-Kit. Ich hab das noch nie gespielt und bin jetzt mal gespannt, ob man damit was Geiles erreichen kann. So, äh, okay, Runde geht los. Äh, man muss hier in den Fässern das ganze Zeug sich snacken, ne? Zack, bam. So. Und dann kann man extrem krassen Loot und so noch einstellen und so weiter. Das ist 1.16 Skywars, muss ich sagen, äh, find ich. Nice, okay. Die Elytra ist halt, oh, die hat Haltbarkeit. Das seh ich jetzt gerade erst, okay. Interessant. Was kann ich mir anstattdessen noch craften und so? Äh, gehen wir mal noch da runter. So, bam, 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 Pfeile. So, so, so. Okay, dann mach ich mir jetzt noch ne Workbench. Bam, 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 bam. Bam, bam, äh, die platzieren wir mal. Warte, kann ich das wegmachen? Hier. So, dann kann mich ja erstmal auch keiner angreifen. Was fehlt mir? Mir fehlt ne Hose. Hose wird gemacht. So. Zack, zack. Und ein Schwert mach ich mir noch. Bam, 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 bam. So, nice, 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 nice. Man hat eine Rakete. Okay, dann versuchen wir die Elytra mal ordentlich zu verwenden. Äh, ich mach das mal frei hier. Mal gucken, ey. Mit Elytra, das ist, glaube ich, witzig. Achtung. Ich hab sie ja an. Ich hab die Elytra ja an. Hab ich irgendwas nicht an? Die Hose hab ich nicht an. Haha, geil. Ähm. Ja, ich bin Profi. Ihr seht. So. Lage checken, was die anderen so ausgerüstet haben. Ich will meine Elytra verwenden. Ich hab da so Bock drauf. Erstmal Lage checken. Okay. So, da hinten ist einer in Full Dia. Ich mach das jetzt folgendermaßen. Achtung. Nein, er hat's gesehen. Matai. Oh Gott, oh Gott. Weg hier. Hui. Okay. Ist da... Da ist keiner. Hier. Ich bring mich mal ganz kurz zur Sicherheit. Huch. Oh, das ist aber auch gelootet. Scheiße. Gibt's nur da Loot, wo Leute waren? Kacke. Und meine Elytra ist gleich futsch. Mist. Aber mit der Elytra kann man da... Ah, da hat sich einer reingebaut in die Mitte. Mist, ey. Aber damit kann man bestimmt auch voll die geilen MLG... Da ist einer runtergefallen, Reb. Ich will da rüber. Wart mal. Hey, mit der Elytra ist ja mega nice. Oh, da geht sich einer in dem Ding-Spawn. Da ist auch gelootet. Alter. Das Sky Wars ist ja richtig geil. Ich like das voll. Hab ich nicht irgendwas geiles? Ne, ne? Ich hab nix geiles. Oh, lol. Und er hat sich weggeboostet mit der Rakete. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was drin sein soll. Vielleicht ist da in dem Fass noch was drin. Ja! Oh, noch Loot. Geil. Die Hose nehme ich. Oh, komm, bitte. Lass mich noch irgendeinen geilen Kill mit der Elytra holen oder so. Bucket of Salmon? Was will denn damit? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, Gott. Die hat ja Full Nether... Also, was heißt Full Netherite? Aber die hat Netherite-Rüstung. Äh, die hab ich halt nicht. Ich könnte mir jetzt theoretisch das anziehen und versuchen mitzumischen, aber... Ich will eigentlich einen geilen Elytra-Kill haben. Ich stack mich jetzt einfach hoch. Hab ich noch Blöcke? Oh, ja. Sie ist tot. Oh, shit. Nein! Wow! Oh, shit. Er hat mich auf jeden Fall nicht getroffen. Der hat einen Dreizer, kann es sein? Nur noch ich und Steel Fox? Ja, Ripp, man. Hä? Ich brenne! Warum? Boah! Oh, shit, man. Bam, 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 bam. Oh, shit. Alter, ich muss mich jetzt irgendwie schnell hochstacken oder so. Boah! Boah, erst mal safe. Wie mach ich denn das? Shit. Uff, alter. Oh, nein. Ich weiß, dass ich keine Brustplatte habe, aber ich will ja fliegen. Will doch fliegen! No. Nein! Oh, no! Komm, 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 komm. Oh, was für ein geiler Move, Alter. Alter. Das war übel der geile Move. Shit, shit, nein, 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 nein. Alter, nimm doch das Wasser. Oh Gott. Ich lebe! Fuck Junge Ah, nein, 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 nein Shit, 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 shit Das ist so spannend Alter Jo, 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 jo Er hat die Elytra noch Er hat noch Raketen gehabt, als ob Ich hab keine Peek-Gangs, Mann Ey, was für ein spannender Fight Alter Help, scheiße Nein Und ich hab's Wasser weggemacht Schnell Die Border startet in 60 Sekunden Alter, dass ich so lange durchhalte Uff Ich hab halt nix mehr zum Bauen Junge, ich hab mich wieder hochgerettet Alter Von wo kommt die Border? Ich seh sie nicht Ah, da Camp in der Mitte Wo ist die Border, Alter Wo ist die Border? Ich will sie sehen Ich will die Border sehen, Mann Und ich will die Border Alter Was war das für eine Runde, Junge Ich hab mich doch so gut gesaved gehabt Mit diesem Wasser Aber gegen Steel Fox hat man einfach keine Chance Aber ich find 1.16 Skywars richtig geil Das war's mit dem Video Hier kommt ihr jetzt zur F5 Challenge Und da unten könnt ihr ein anderes Video auswählen Und hier könnt ihr abonnieren Und hier könnt ihr hier